Moin! Willkommen in Hamburg am Oberhafenkanal und an der Baustelle des Elbtowers. Der Elbtower soll ein 245 Meter hohes Gebäude direkt an den Norderelbbrücken werden. Ein Teil der Räume soll für Büros genutzt werden, ein Teil soll auch öffentlich zugänglich sein, zum Beispiel als Restaurants oder als Ausstellungsflächen. Anfang Juni 2023 sah es hier noch so aus. Inzwischen, Mitte Juli, ist der Elbtower ein Stück höher. Ihr seht nun zunächst Aufnahmen von Norden, von der Seite des Oberhafenkanals aus. Danach folgen Bilder aus Richtung Osten und Südosten, zusammen mit der U- und S-Bahn-Station Elbbrücken und den Norderelbbrücken. Viel Spaß beim Ansehen! Ich bin aber auch auf diesem Kasten von Norden. Ich bin aber auch auf der Seite des Beidens, und in oben auf der Seite des Einladels und die Einladels. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020